Herzlich Willkommen an Bord! Herzlich Willkommen im Monza! Ich wünsche euch wieder viel Spaß bei der Fahrt! Wir bringen schon in die Kiste! Glück auf meine Lieben! Es gelohnt! Heidricha! Da kommt wieder Schwung in die Kiste! Da kommt wieder Schwung in die Bude! Auf und nieder immer wieder! Der sanfte Schwung in die Leiche! Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ah, ist das wieder eine schöne Karosselfahrt für euch. So, wie siehts aus am Baul hier bei euch? Habt ihr so laut mitgebracht. Hey, Paulie, wie will in the house? Und wollt ihr etwa auch noch schneller fahren? Na, dann zeig ich euch mal wieder wie mein Monster her. Jetzt geht es los, jetzt geht es los. Re armour! Voller, voller! Und was ist das Sieben der E-Kiste? Hier ist das Sieben der E-Kiste. Hier ist das Sieben der Fahre von... ...Zembo,zembo,zembo,zembo,zembo,zembo,zembo... Da geht es richtig in alle E-Kiste. Wie sieht es denn aus? Können wir noch eine Runde? Wollen wir noch eine Runde? Dann geht es noch eine Runde im Spruchspiel. So, wie sieht's aus? Wie sieht's aus? Hier habt ihr jetzt die Hosen voll. Wollt ihr nochmal noch eine Runde? Wer kennt eine, schenke ich euch noch einen Schwung. Wieder, wieder. Und dann habt ihr es wieder geschafft hier. Das war's. Das war's. Ende raus. Reggie Maus, Schicht im Schach. Wir landen, wasch wieder, wieder. Das war's, Maria. Das war's, Maria. Die Bühne werden uns lassen, die Bühne werden uns lassen, wieder.